Musik So Leute, willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends Catch the Timo Heute machen wir eine richtige Runde, quasi 5 gegen 5 mit jeweils einem Timo im Team Und wir halten uns einigermaßen noch in die offiziellen Regeln mit ein bisschen halt Oh, Freestyle halt dazwischen, was halt ist Wir haben jetzt die Regeln gemacht, halt Timo Da muss halt, darf nicht in der Base sein, er darf nur einkaufen, wenn er am Anfang und wenn er einmal tot war Quasi bei 2 Leben darf man dann einmal einkaufen, halt noch einmal, wenn man tot war Dann waren Champions, wir haben so welche wie Rengard, Twisted Fate, Kartus und sowas, waren nicht erlaubt Quasi halt so welche anderen noch Und ja, sonst eigentlich keine besonderen Regeln, wie gesagt, Timo darf nicht in der Base sein Und ja, dann geht's doch jetzt los Was soll ich mir holen am besten? Auf jeden Fall Schuhe, ne? Schuhe ist klar Ja, schuhe Ich geh später auf Was soll ich mir noch holen am besten? Wieder am besten Full Tank, Timo Full Muffin Speed, ja Ich nehm auch mein W direkt am Anfang Was haltet ihr davon, wenn ich mir Wards hole? Macht euch Ich hab mir jetzt auch einen geholt, so Ich hab mir auch vier geholt So, einen hab ich noch, dann noch einen Niel trank, falls ich mal schwach bin Deswegen, es wäre Hammer, wenn Ach, scheiße, wir hätten Wir hätten ne Soraka mitnehmen sollen Die hätte mich wieder halten können Egal, dann, ähm Geht mal, verteilt euch im Jungle Wo soll ich mich als erstes hin platzieren? Ähm Ich habe echt gesagt, hier gedacht Hier, diese Ecke rein Ja, wieso? Ne, ich muss nah an Creeps sagen quasi Ich muss Versuchen, dass wenn ihr junglet, dass ich XP abbekomme So, jetzt hier einfach mal So Und deswegen alles mal, ähm Ihr müsst später wirklich so viele Wards wie möglich kaufen Ja genau, perfekt Ah geil Hier, halbzillig und sich direkt Orakel Das ist gut Okay Ich krieg junglet einfach dann und so Und ich würde sagen Ich hab ne Idee Ich hab wirklich ne Hammer Idee, wie wir das ein bisschen koordiniert schauen sollen Ich würde sagen, wir machen irgendwie drei Offensive Und halt einen Ne, stopp Wir machen zwei Offensive, zwei Defensive Quasi zwei, die etwas mehr in meiner Nähe bleiben und mich beschützen Und zwei, die aggressiv versuchen zu finden Was haltet ihr davon? Okay Ich kann sie mich gut finden eigentlich mit Trash, aber ich würde dich dann lieber beschützen Weil ich nicht die PCC dich beschützen kann Also ich werde ehrlich gesagt für aggressiv für Lissin und Garen Hilf mir mal, die sehen dich hier eh nicht Wenn, dann Also ich könnte dich auch beschützen Leid ihr mal Ich glaube ich leicht, ich hab mein Weg Oh, toll Ich bräuchte die Kills halt mal wirklich, weil ich hab mir jetzt nur noch Rake geholt Also bitte nicht stealen jetzt Nimm den Tank, oder? Das fing mir einmal an Dann äh Lissin und Garen, die können wie gesagt offensiv gehen und Halbzell und Wolfgrove bleiben defensiv Wollen wir den Blue drauf machen? Ich helfe dann noch Wir fahren noch schnell Auf die Regel, man darf sich unsichtbar machen Viele meinen halt zwar Da steht man hier manchmal, dass man nicht unsichtbar machen darf sich aber Ja, ich finde aber, wenn Timo nicht Timo Ja, so dass er keinen Schaden machen kann Lass, geh mal weg, als den Lass Wolfgrove denken Oh ja, stimmt Oh ja, stimmt Der Tänke geht Okay Dürfen wir die anderen noch töten? Ja klar Ja, dürfen wir Ja, schon Also, hier ist nur das, hier ist nur das Ziel quasi, dass das Timo nicht sterben und das Timo nicht sterben kann Also, wenn die nicht weg sind Lass einfach durch den Jungle gehen hier ein bisschen So theoretisch hätten wir auch mit Laning machen können, weil wir sind ja eigentlich alle gleich stark an dem Team Ne, Laning nicht Warte Denke, weiß Ich weiß, was ich mache Mach Seelen Ja, ich möchte das hier richtig so Mach deinen Coup Ne, vor allem Seelen Habs nicht mehr das Coup Ich platziere mich mal nach da unten Äh, wegen XP damit ich kassiere ich das nicht Ja, warum gehen jetzt da oben auf ne Lane Und Timo darf nicht seine passive benutzen, ne? Doch, dafür, wir haben jetzt gemacht mit dafür Ach so Ach so, mein iPod ist mir runtergefallen Bann die da hin Hallo, ich hab nochmal ein Bord reingesetzt Also ich bin hier unten, also es wäre nett, wenn irgendwie ein paar hier auch ein bisschen in meine Nähe kommen könnten Ich hab'n Bloober, wir nutzen Oh Gott, nix hätten wir da Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Red mal machen Ich hab nur noch da Welcher Red? Bei uns oder von den Gegnern? Hiiii Unsere natürlich Boah, der war gut Dann macht mal unseren Red alle Kommt mal alle bitte zu unserem Red Geht mal bitte weg von der Mitte, weil Alpsilin und Lysin und Garen Kommt mal zu unserem Red Wir dürfen Ja, ich dachte wir dürfen uns gar nicht so in die Mitte Oder auf die Lane Ja, wir dürfen drauf, aber nicht lastig Wir dürfen nicht lastig Ach so Also dann komm Garen, du tankst Ja, ich, ich, okay, ich tank Du bist Garen, jetzt tank Garen, jetzt tank Oh Kommt schon Seelen, hallo was So Nichts Sinn kann haben Und Garen hat Okay, egal Ähm Vos versehen, sei Egal, du Garen, du regenerierst gleich auch Dann Ihr müsst mal auch ein bisschen offensiv gucken nach Unserem Mh Also wie gesagt Max Mann und ähm Ja Max, äh, also Also im Oberstreich gibt Ich geh auf die Top-Lane Dann war da am Anfang so viele von dem waren Oberstreich ist ja auch, äh, Dings, ich hab jetzt mal wechselt Oberstreich ist gar nicht in unserem Team Sagt dir die ganze Zeit Oberstreich, ich mein, ähm, Freako den Die sind hier Ja, Mann Ich tippe, dass der Top-Lane ist, weil da am Anfang so viele von dem waren Keine Ahnung, oder so Egal, dann, ähm, ähm, vom Können her würde ich sagen Dann bin ein Not und Max Mann geht mal bitte offensiv und guckt ein bisschen nach einem anderen Team, okay? Bin grad dabei Bin grad dabei Weil ich muss auch noch ein bisschen regenerieren halt Oh, dein Heil da rein Hallo Timo-Line, na, was geht? Ja? Ich muss vergleichen mal Augen holen Wir kommen, jetzt sehen die, wo ich bin Oh Gott Die kommen vielleicht alle reingesprungen Was ich, fünf Teleports Ah, wir haben gar keinen Teleport Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal Kannst du mal gucken, ob das Teleport auf die Laterne geht? Schnell Ähm, wie soll ich das machen? Nix Nix ist da Äh, einfach, einfach mit Teleport drüber halten Achso, dann haben wir es drüben Und gucken, ob es Nix ist top Ja, ich weiß Hätte ich ein Auge, ich weiß, wie tippe ich das der Thema hier ist Ich weiß auch nicht Und jetzt ist dein komisches Hofwerfen Wolfgrove, jetzt ist den Hofwerfen hier rauf Ja? Da bin ich noch hochgeworfen Nix mal machen wir mit Glastien Also ich hab, äh, bitte, ähm Geht nicht alle top Einer noch bitte zu Bot Quasi Ja In der Not Timo ist Bot, Timo ist Bot Da war er, da war er Ja, seht ihr? Bot Hier Da war der Okay Dann kommt mal Wow, 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 helft, in der Not, in der Not Ich gehe drauf Ich gehe drauf Fuck Der war ja Du bist nur gestorben, Wolfgrove Da, war der da Hier Hä? Der Turm, der war so böse Also jetzt teilt doch mal ein bisschen auf, ihr seid die ganze Zeit auf einem Fleck In welche Richtung ist die? Okay, dann teilen wir uns jetzt die Lanes auf Dann teilt euch die Halbzig macht jetzt die Mitte Dann würde ich jetzt einfach sagen, ähm Max-Mann, du gehst Bot und Wolfgrove und bin dein Not gehen top Also Wolfgrove nach oben, bitte Nenn mich Lolli-Mitte Na, Lolli-Mitte und Wolfgrove nach oben Ja Ah, good job In welche Richtung ist Timo gelaufen? Egal, du gehst einfach Bot, damit du die SP kassierst Nach unten Nach unten, aber Okay, jetzt habe ich schon First Blood und ihr könnt eigentlich nichts mehr geben, weil ich so viel XP habe Timo L Kannst du ein Auge setzen dort, ihr? Ah, Timo ist dort Frico, sag doch was Timo ist fast tot Timo ist fast tot Frico ist kalt Ja, ja Good job, good job, good job, good job Timo Timo ein Leben Wirklich Geil gemacht Hilfe Eins, du bist gleich Yes Here we go guys Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Gut gemacht, Frico Ja Frico kannst du dann unten noch ein Auge setzen? Ja, ich habe mir grad zweimal rakelt und ein Auge geholt Werfe ein Auge auf dich Ja Ich hab ein Auge auf dich Oh, oh Gott Flick Ne, du gehst jetzt auf Oh Gott, nein Oh, ich hab wieder geholfen Ist nicht so schlimm Ja, ich hab... Ne, ist so schlimm Und S gedrückt hat, greift man nicht an Ne Weis Ich jungle mal ein bisschen Ey, ich lasse jetzt hier in Noten Ey, hört auf top zu fahren, ihr dürft nicht Wir fahren nicht Wir warten da Wir stehen einfach rum Ja Ich hab zwei Last Hits, da hab ich nicht viel gefahren Ist das Timo? Ist Timo gewesen? Ne, schlecht Timo war auch total an der Level, der war Level 1, weil er 0xp kassiert hat Ich geh wieder zum Tower Young kassier ein bisschen Wir sind... Also hier sind... Nicht mit den Anlegen Wolken Wurzweck ist wohl nicht ganz so gut Timo Echt schade, dass mein Internet so beschiss, ne? Tee-Partner machen ja auch nichts Alleine halbzählings, äh, Level ist eh das Beste schon Ja, man Ich versuche jetzt so schnell wie möglich Level 6 zu werden Ja, Pilze, okay Oh, ich hab schon wieder geautoriert wegen meinen Legs wenn ich aber nicht schnell genug aufhören kann bei mir lagst auch gerade ein bisschen also ein bisschen Verzögerung beim Klicken jetzt geht's dir eine eigene Lane suchen Timo, warte, warte, warte ey nein warum Internet, warum füßt ihr mir das an? wir haben schon gewonnen Alter, wie schlecht sind die? wollen wir sagen noch ein Leben raus? noch ein Leben drauf ja dass der auch die ganze Zeit unten ist das war jetzt ein bisschen zu kurz Oberstrike kann es einfach nicht das ist echt richtig langweilig für mich ich hab gedacht hier so Action so verfolgen sie haben wie bei der letzten Folge und ich langweile mich hier ich log die mal so ein bisschen ich mach's jetzt mal spannend ui, guck mal, Demo hallo warte, 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 warte ich bin doppelt gestern ey, Opa, Max, Mann Max, Mann? na, hilfst du mir bei Blue Buff? ja no, brauchte ich keinen Spaß, so dann ist es geiler, dann warte ich unseren Jungle so zu ja, wenn man, wenn man STRG F tut, sieht man ja die genaue Anzahl, wie viel Pink, was für ein Pink man hat, ne? jetzt gibt's den sogar schon Tipps so, äh, geh mal weg, nämlich XP, ich passiere alleine echt easy way, diese Runde der ist aber auch schon, ne, ist Level 3 mich noch weil ich bin jetzt hier schon wieder alles vor allem schon wenn ich jetzt erst mal tot bin alter mit maxi hat schon 27 millions wotaf was macht er denn ja schon waren als bruder jungler kann ich mal ich engage mal top möchten kill holen aber es ist komplett zu demütigung für die wenn er tmo kills kriegt nein alle kommen gerade hoch ihr müsst euch jetzt weiter zunächst mal folgt mich du darfst dir ja keine items kaufen oh oh die schienwahller levelt auf hattung die spinne kommst du weh kommen wir jetzt zu mir noch ein trip und ich habe level 6 in der mitte holt ihr den in der mitte ah nein doch nicht mehr friko ja ja wollte ich nicht ja ja ich bin level 6 ui ich bin auch level 6 nein so achtung du weißt du schon level 9 slow slow wisst ihr was glaube tmo hockt seiner base also davor bei der rau man möchte ja so rakel ach nee 1,2,3,4 ja ihr könnt ja immer wieder einkaufen gehen ruhig paar wars und alles möglich mit nehmen ich darf es ne abgängsleichsordnung ich würde euch raten alles was mit movement speed zu tun hat ich könnte mir jetzt erstmal alles mit gold holen na gold genau gold und movement speed beide da oben gibt es noch einen guten tipp timo ist in der Mitte timo hat einen kill bekommen aber ist egal er kann nicht mehr einkaufen woher ist timo abgehauen da oben ist timo ungefähr in diesem jungle sollen wir mal engagen ok hat's den linken ulti war ja ich hab das zünder der dinge ich kann nicht verwegen das wäre aber nur gemein warte wenn ich kann lass mich kill nein ja das war ein wenig zu spät bei mir sind auch ein paar internet lags in der Hauptverlust trước wütter es braucht es quest respectively das Automata jetzt wirklich zurück das ist gefährlich ich will den slicks haben was habe ich dir gesagt es ist dann der wäse bei an die sovieler warum hat das nicht dankeschön mach mal guck mal ob die teleprodukte auf die links geht ja geht dann wissen wir ja das ist eine leule mittel ach so was produktiv ist nö ich hab kurz geguckt ob ich da wen gehen kann darauf kann man einfach mal backposten oder er hat top und kxp fahren das geht gerade durch die ganze map und sucht Timo voll produktiv ich willko macht's richtig holt euch auch mal gleich Orakel und sucht einfach Team geht einfach durch unseren und am besten durch den Gegner-Jungle ja ich habe ich habe jetzt schon zwei Gold-Items ich habe das Gefühl dass die die Wijo geil ich will der geilste mit Victor ja er ist echt der beste er ist zu Timo und er spielt genau ausgeregt mit Victor ja Victor Wolfgrove geht da weg jeder sieht dich ich renne jetzt einfach hin und bring dich um einfach so Bumpt ich bin tot ich hab wow geil noch wirklich Schaden äh Bluebuff ist da kann mir jemand dabei helfen bitte genau Lollimette komm mal bitte zum Bluebuff oh die diese legs greif einfach an Lollimette greif an hier war Timo Lollimette greif ihn nur an ok aber ich glaube nicht dass wir es für zwei schaffen mir hört irgendwie keiner zu oder da war gar Timo das war richtig gut ja ich hab's ungefähr drei Mal gesorgt drück mal bitte zwei ja genau in der Wutschleife dann hast du das alles ok zurück Dankeschön darf ich spielen Alter ganz ehrlich AHA das Timo damit das Timo ist Timo Lollimette glaub den schnapp ich bin mir mit Ulti und Q Boah Timo mit Lollimette und dann mach ich mich unsichtbar so wenn du jetzt nochmal so nahkomm mach ich einfach nur mein Kuh und der ist tot du musst da vorne ich glaub Wolf Lohr du bist verrückt Boah lass den mal umbringen Batman ne 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 helf mal Halbzilling helf mal Halbzilling in der Not hallo helft ihm bin ein Not nein bin ein Noob weiße ich geh mal zu dir lenken da ja nur sollte gleich das ist so lieb ich kann nicht steuern das ist so gemein er hat noch vier Leben ok shit alter er darf aber nicht zurück in die Basis in der Face vier Leben hilf helf helf hilf ja ich kann nicht steuern ich kann nicht steuern oh leid ich hab siebenhunderte deswegen und der schrank auch die ganze Zeit rum deswegen kann überhaupt nichts machen schade ich hab gedacht Timo erwisch ich da rechtzeitig ich hätte schon so viele Kills haben können Hilfe komm weiße dann kannst du auch mal einkaufen ne ich hab 3.000 Kurs ich hab 3.000 Kurs ey cool ich kann die Wand hochlaufen lol geil aber wir wissen auf jeden Fall dass Timo lau life hat mir fehlt noch ein bisschen Geld ich brauch Rakels und da sieht man wieder Timo um ein bisschen oh hier ist mal irgendwo ich übertreibs es hier irgendwo Timo hier irgendwo Timo hier irgendwo Timo helf mir mal helf mir mal kommt mal alle bitte alle top hier alle top lau die Mitte nein bam oh scheiße egal 1 zu 2 Killing Spree ist jetzt ehrlich gesagt nicht fatal ich hol mir dafür schöne Schuhe Killing Spree mit einem 700 Rapping das schaff nur ich ja eigentlich gar nicht so schlimm jetzt wirst du nur noch ein bisschen Opea Opea sehr gut ich überleg mir Blade of the Ruined Kingdom Warte, ich muss aber jetzt gleich raus das Rebase eigentlich ich hol mal irgendwas mit Move in Speed ich schaffe ich nicht den dummen team ok wie noch einmal viel leben hat er trotzdem nicht langsam ja ich weiß nicht was ich hole gut da brauche ich noch sieben gold waren ich habe mir die lebensleisten ich mag jetzt schon mein movement speed guckt mal 7 470 ohne w doch alle weg die rennen mir nach ich komme jetzt haben sie es gemerkt habe es gemerkt ich mit ulti fast wir haben jetzt auch noch hey kommt die muss ich weiß ja nicht aber wenn ich hier wäre weiter weg davon hey guck dir das an ich kann nicht steuern so jetzt kommt jetzt dauern wir halbzinnig komm toben ist timo ich kann nicht dauern sorry das geht wirklich nicht nur cool einfach das ist timo aber ich kann nichts machen oder ist nix das ist das scheiße das wollte ich eigentlich vermeiden brauchen 4 hp ein bisschen mach dich hier vorne unsichtbar guck mal nach da oben mit dem kunach das ist unser nicht sinn den kannst du killen easy ach mal nicht da unten ist das ein wort da unten ist er die timos in der mitte man ich gehe mal runter wieder weg ja bei melecki kommt euch entgegen du brauchst keine angst zu haben äh lolli mitte kannst du wieder bitte blut denken für mich schau mal wolfgur stirb ja nein stirb gar nicht nein du doch nicht ich auch nicht weil die haben auch echt nicht die besten spieler mhm ok das reicht danke weil die haben anti im team das reicht schon zum passieren und die video auch noch ich habe so viel wo ich einfach nur sagen kann what the fuck so lässt das krepp bei mir ja das ist übel aber wir schaffen das trotzdem es steht 13 13 von kill zu er die meisten du würdest das auch noch aufnehmen dann könnte er hat bestimmt 13 in der ec der wartet in das arm mit einem pink ward ich kann ich kann verhindern der hat seine ulti ready der will einen ulti machen das liefst würde mich gehören wollen hu hast du verträubt nein nein ich habe ein Gefühl dass Timo hier vorne drin ist hier wo mach mal ein da ist Timo hinterm Tau wieso ist der immer so nah bei den Leuten super komisch ich bin nur perfekt das ist so lustig Hauptsache Oberstreichs deckt seine Filze das Timo das Timo das Timo Hilfe Hilfe so viele Sachen die ich nicht ausweichen kann habt ihr alle Telepots ready? mach einen Wardwolf auf ja hab keinen mehr scheiße alle teleportieren alle teleport bitte hier hin alle teleportieren nein 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 Hilfe Hilfe ja jetzt hätte ich mal keinen teleport gemacht wenn ich da gewesen soll genau da habe ich gestanden um mich für mich weg teleportieren zu ich wollte echt nicht auf dich hören auf was denn weiss renn weg kill des Mad Maxi okay ich wollte doch richtig ernst nehmen dass die hier so wenig Schaden ihm machen erlaubt das durch kann man irgendwas mit seinem Partner Hilfrigen kaufen? ja ja wie denn? ja dieses Teil von äh von der äh AGs okay allerdings ich guck mal eine Frage welches Item bringt ihr Geld? also mehr Geld? alle items die ich im Moment habe aber muss Timo euch was wissen mhm also ganz ehrlich hätte ich keinen Ping hätte ich schon den Kills sag ich nicht weil die eingebildet sind sondern weil die einfach so low sind also von den Level und Leben her eh ja natürlich ja ich ja ich steuer nicht da hin und der Auto hin und dann weil ich so einen Umfinger wir müssen mal jetzt zusammen guck 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 wir müssen Oberstrike ist jetzt mittlerweile ein bisschen intelligent nein ihr müsst jetzt mal zusammen zu viert wirklich einfach im Jungle rumlaufen ok ok was sind wir eben jawohl ahm Seele nein Seele boah dann geht jetzt mal alle doch zusammen mal da ist Oberstrike da ist Oberstrike da ist Timo da ist Timo da ist Timo da ist Timo aber Timo hat schon wieder viel mehr Leben jetzt beim nächsten Mal wenn Timo sieht bleibt mal alle zusammen wirklich ich oh ich kann nichts machen ich komm nicht voran Hilfe da ist Timo Timo an alle Zuschauer dass aus dem Ausfallschläden nicht so krass drauf gehen irgendwie einer sollte ihn weglaufen die anderen sollten in die Mitte auch Max man bitte geh nicht mal weg diesmal oh nein ein Tipp jetzt alle zusammen mal Mitte lass reden es Timo und die anderen sollten immer alle einfach mal zusammenbleiben ihr seid immer gesplittert das nicht momentan sind wir zu viert und Schaukart kommt an oh 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 Hilfe 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 ich hab's nicht gebrochen aber ne hä? jetzt hab ich das gelegt äh hast ihn einmal abgeschossen für mich ach Pilz okay mach den down ah irgendwas da kann die Ulti nice darf man Tower angreifen? nein alle oder? ne eins noch zwei noch weil oberstrecker auch eins mehr hat nicht entfernen Wolfgrove nicht entfernen sag ich ja so ach jetzt alle mal drauf alle mal drauf hier nein da bin ich nicht nein Wolfgrove ist sonst in den Pilz rein kann ich weg zu sehr schon rein geh weg äh Bluebuff Bluebuff helf mir bitte ich geh in das oh hast du sowas? ich denke du willst einfach nicht reagiert ich zieh dich behindert vor will ich schon gehen? nein ich sterb doch von dem Teil sonst und 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 ja ja ich geh jetzt nur noch bei dir Hashtag Hashtag Internet guck guck gerade ob ich dir Leben Regeneration geben kann es gibt da so ne Glocke die mir wieder Liebenwäder gibt auf einmal ja das ist jetzt was ne jetzt ich hab jetzt was geholt es gibt äh Lebens Regeneration ich könnte die doch nicht ich könnte doch mal noch die Masipulator holen hast du noch mal noch hier ist Oberstrike da ist Oberstrike jetzt alle mal drauf kommt komm 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 kommt kann ich allein ich hab no life jetzt auch tot die Masipulation okay Max mal vergiss es kommt mit W zu mir es kommt mit W zu mir kommt mit W zu mir ich glaub gleich wirklich nicht mehr ins Internet ja renn weg Walsh renn weg ok Rente was holen was weg vom Tower ja es wird ne Lebens Generation in der Sekunde gibt ja das ist was Halbzoning hat ich lauf zurück das ist nicht da holen das alle seitdem Lebens Regeneration so ich kann jetzt noch ein letztes item holen und dann bin ich ja wie gesagt boah ich dachte wir haben noch 10 minuten so weil die ersten zwei kids so schnell kommen geht gar nicht klar ausgetragen ja ausgetragen ähm wer ist ausgetimt ähm wer ist ausgetimt halbzoning oh kommt da sind gerade alle alle in den Jungle kommt jetzt alle rein wieso kommt die nicht mit weil wir nicht so schnell sind wie du die muss hier hinten irgendwo du musst schon ein bisschen mitmachen ehrlich gesagt du musst schon ein bisschen mitmachen ehrlich gesagt der halbzoning zurück im Spiel guck der halbzoning an hat eine die 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 hat die Okay, das ist okay. Okay, das ist okay. Tippe, er geht wieder, also er ist, er ist top, tippe ich irgendwie. Ja, müssen die Runde, wir müssen jetzt langsam irgendwie mal, ihr müsst mal wirklich als Team zusammen, außer ich bin in der Not, ich bin in der Not. Okay, jetzt renne ich da mit Internet rein. So Flix. Du kommst her. Nee 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 Und wo kommen die� device rein protection? Pils, 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 pils. Oh wow, Stryk is all. Alle teleport wenn's geht. Komm bitte hoch, teleport! Ich hab kein Teleport Du bist so mort, Mann, du bist so mort... Wäh... Uh, hinter mir Hinter mir als ich muss ich habe kein Leben mehr weil es gibt die Lebensgeneration doch ich stehe neben dir dann gebe ich dir neulolimente da geht sich nicht offline da hat Internetprobleme merkt mich selbst auf Evolve Groove weh weh das war ein Knirr oh man streikt da oben wie viel Glück hat der Typ bitte Evolve Groove, kannst du mir ein bisschen helfen bei Blue? ja oh mein dieser und drück mal bitte dein E Waffe ok schau, zurück danke schön, perfekt E zurück, ok oder ja klar, muss zurück ich fahr mal kurz die XP drauf pass auf die kommt da schon wieder ja die kleinen müssen halt immer zu Bett scheiße, Topdoor ist jetzt down ja, war nicht was auch neulolimente nichts einfach zur Seite Unter dir kommt jemand. Noi, wieso hat der mich gesehen? Der war schon Pink-Watt, ja. Komm mal, komm mal. So, warte mal, ich fühl mich ja ganz komisch in der Aufnahme. Egal, ich denke, wir sind einfach. Das war klar. Wow, wir sind, wir sind, wir sind. Das ist Anti, der kann, der macht keinen Schaden. Ja, trotzdem. Boah, ich hab 3 Erboots, ich komm jedem hinterher. Oh. Dodge. Fuck, das waren Minions. Darf ich Lars Hitten? Nein, aus! Ach, Mad Maxi drin. Mach den Walk nicht kaputt, Mad Maxi. So, wieder da. Ganz kurz, weg. Mal so ein Buch bekommen, Manno. Wow. Wir müssen doch jetzt irg- Och, scheiße, sind sie in die Pist gelaufen. Wir müssen doch irgendwie mal, nein. Wir müssen den jetzt irgendwie doch mal langsam tot bekommen. Beste Taktik der Welt mit Trash. Einfach die ganze Zeit nur über den Minions stehen. Wir müssen mal wieder anfangen, mehr zu boarden. Wow. Hilfe, 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 Hilfe. Wow. Alles lang. Neben hast du noch? Lauf, weiß. Lauf. Lauf. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Helft mir, ich darf nicht in die Base. Komm in meine Richtung, hier ist ein Pilz. Oh oh. Komm meine Richtung, Heim streaming. Wir kommen jetzt gleich mit Ulti rüber gesprungen, wir weg. Kein Ulti. Da haben sie ein Wort, ein Wort. Ähm, portet dich runter, Vincent. Hey, ich bin einer, das ist meine... Portet dich einfach zur Bot-Lane. Gut. Okay. So, ihr müsst jetzt alle mal anfangen, richtig wieder zu bohren. Ich fange jetzt erstmal richtig durch die Jungle hin. Ich weiß, wo die Moll ist. Ich glaube, ich beschütze sich mal eine Runde, Vincent. Die muss in der Mitte. Ich hoffe, alles ist irgendwie slow und kaltzertraut. Ich bin da und beschütze dich. So, einfach jetzt, äh, hast du Igede oder so? Ja. Okay, super. Ich habe sogar schon Wollwerk. Okay, Achtung, Maxon. Wenn es geht, ich brauche wieder bald Blue, weil ich habe immer größte Mana-Rum-Nehme machen. Tepa. Oh, 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 oh. Richtig zu mir. So. Okay, Achtung, die hat ein bisschen verkackt. Wette, ne, dass ich da oben weg. Dankan, ich helfe ein bisschen. Pass auf, Ding kommt runter. Ja, komm, kill. Lauf. Eis, lauf. Schäfte. Good job. Jetzt müsstet ihr in den Jungle. Es lebt nur Oberstrike. Los, alle in den Jungle, alle in den Jungle, alle in den Jungle. Ähm. Komm mal. Warte mal, warte mal kurz, halb Spilling. Mach mal kurz auf. Kurz vor dem Ende, ich bin mit dem Pitzel, der wird teleportieren. Hör doch auf. H. Ja, Mensch, teleportier dich mal. Sag mal. Loli, Mette, drück mal B. B. Lass es gedrückt. Sag mal, wenn das kurz vorm Ende ist. Jetzt. Oh. War wirklich, ich habe schon gedrückt, und dann war das jetzt ernst. Noah. Warte, warte, wir machen jetzt Double Jump, okay? Warte, du springst erst zur Laterne. Timo gegen Timo. Danach zu mir, okay? Go. Nochmal, los. Warte. Ja, jetzt ist wieder Terra, die Welt. Lali, Mette, geh nochmal back. Ey, hast du teleport ready? Lali, Mette, geh nochmal back. Sag mal, hast du teleport ready? Sag mal, wenn du wieder ganz kurz auf den hier ist. Hast du teleport ready? Jetzt. Nein. Hast du teleport ready? Ja. Hast du teleport? Ja. Mach mal darauf teleport. Warte, sonst ist es weiter weg. Oh, jetzt macht teleport schnell. Stell. Stell. Oh, zu spät. Ich einfach mal so in der Luft spawne. Geil, ne? Na, mein Move-Fanspid ist eh der geilste. Wee, wee. Wee, wee. Wurz sterben. Warte. Wee, wee. Wee, wee. Wee, wee. Wenn das Bum jetzt noch gewinnen, oder? Wee, wee. Wee, wee. Wee, wee. Ey, das, das, dieses Schwert ist ja voll cool. Executioners. Ein Ruf des Hänkers heißt das nämlich auf deutsch. Executioners Caller. Ja, genau. Ich rette dich weiß. Ähm, das ist der Ruf des Hänkers. Ja, ja. Jetzt, jetzt küll ich einfach was allen. Ich kann nicht move was. Ich auch. Ja, super, Timo. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Good game. Okay. Index. orf in Spongebus. com